Kapitel 2 Mirage Endlich ließ der Paniker gänzlich von ihr ab und wirbelte genauso entsetzt wie wütend herum. Im Türrahmen lehnte entspannt ein weiterer Todesser und schienen beide unter seiner Kapuze aufmerksam zu beobachten. Der Schnitt seines nachtschwarzen Umhanges und die festen schwarzen Lederhandschuhe wiesen darauf hin, dass es sich um einen Reiter der Dark Device handelte. Ihr Atem ging schnell und beinahe unregelmäßig, ihr ganzer Körper zitterte. Was nicht nur daran lag, dass sie umhanglos an ihrem Körper hing. Wie lange war er schon hier? Wer war er und vor allem, was kam als nächstes? Der andere Mann stieß sich nun locker vom Rahmen ab und trat einige Schritte auf Flin zu, dessen Blick es schien sein Gegenüber töten zu wollen. Such dir was Eigenes, sie gehört mir! Zerste er und stellte sich dem größeren, aber etwas zierlicheren Mann in den Weg. Ich habe es nicht nötig, es mit der Gewalt zu holen, Flin, und schon gar nicht von einem Schlammlut. Gab der andere höhnisch zurück und ihre Augen weiteten sich entsetzt. Sie kannte diese schnarrende, kalte und emotionslose Stimme und sie hasste sie mehr als alles andere auf der Welt, abgesehen von Flint und natürlich der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Flint schnaubte nur kurz wütend auf und holte tief Luft. Das habe ich auch nicht, Mäfoi! Schirr nun fast und gönnte Hermione einen angedeuteten Seitenblick. Das sieht man, lachte der andere leise auf und schob sich nun ebenfalls die Kapuze in den Nacken. Sie hatte den blonden Sliven schon lange nicht mehr gesehen, seit ihrem Abschluss vor zwei Jahren, um genau zu sein. Von den vielen Bildern im Tagespropheten mal abgesehen, doch hat er sich kaum verändert. Mal abgesehen von den kleinen Dreck- und Staubspuren auf seinen blassen Wangen und von der Tatsache, dass seine Züge etwas härter und erwachsener geworden waren, war derselbe Draco Malfoy, den sie von jeher kannte. Eingebildet, arrogant, süffisant und zynisch wie immer. Seine silbergrauen Augen musterten sie leicht amüsiert, bevor sie sich wieder voll und ganz Flint widmeten, der nun die Hände zu Fäusten geballt hatte und dem jüngeren Mann wütend anstarrte. »Ich sag es zum letzten Mal, Malfoy, verschwinde, oder?« knurrte er leise und ging einige Schritte auf den Blonden zu. Dieser lächelte kühl, würdigte dem anderen jedoch keines einzigen Blickes. Seine Augen waren nun wieder auf Hermione gerichtet, die immer noch in unbequemer Pose an der Steinwand kauerte. »Oder was?« »Wenn er schon sein muss, hol dir eine von den Muggeln oder ein anderes Schlamm, Lut.« fügte er grinsend hinzu und der andere zuckte leicht zusammen. »Ich will aber sie. Sie ist Potters Augapfel,« wisperte Flint gereizt und ging ein paar weitere Schritte auf den Jüngeren zu. »Genau. Sie ist unser Trumpf gegen Potter. Der Lord will sie sprechen, und ich bin sicher, er wird äußerst erfreut sein, wenn du sie vorher besinnungslos vögelst.« sagte er höhnisch, und Flint zuckte, wie von unsichtbarer Hand geschlagen, zusammen. Draco schluckte und sah einen kurzen Moment angestrengt zu Boden. Das hier hatte er nicht erwartet, doch er würde nicht weit von seinem eigentlichen Plan abkommen müssen, umso besser, dass Parkinson verschwunden und Flint hier drin war. So konnte er seinen Plan unbemerkt und viel geschickter ausführen. Er grinste triumphierend. Flint sah die beiden noch einige Male abwechselnd an und machte sich dann langsam daran, die Zelle zu verlassen. »Ach, noch was!«, hauchte Draco grinsend und drehte sich langsam um. »Was denn?«, knurrte der andere immer noch wütend. »Schließ die Tür!«, erwiderte Draco befehlshaberisch. Der Ältere tat, wie ihm geheißen, und Granger drängte sich instinktiv noch näher gegen die Mauer. Eindeutig hatte sie Angst und war verunsichert, doch es verwunderte ihn in dieser Situation noch nicht einmal. Sie tat ihm schon fast leid. Fast. »Also, was ist nun?«, zischte Flint nun schlicht genervt, und Draco griff schleifend langsam in eine Tasche seines Umhanges. »Du solltest besser aufpassen.« »Das hier ist Grangers Zauberstab.«, wisperte er leise und zog einen langen, hellbraunen Stab aus der Tasche. Er konnte hören, wie Granger scharf die Luft einzog und ihn verwirrt begutachtete. Flint beäugte ihn verwundert und fassungslos zugleich. »Was soll das?«, hauchte er abwiesend, während seine Augen auf den kleinen Stückchen Holz lagen. »Angenommen, sie würde ihn jetzt in die Fingerchen bekommen, dann könnte sie ein Schockzauber oder ähnliches auf dich sprechen.« Er läuterte er unberührt weiter. Flint und auch Granger sahen ihn entgeistert an. Wahrscheinlich dachten sie beide, er wäre verrückt geworden. »Was redest du, armer Irrer da?«, lachte Flint nun leise auf und ging einige Schritte zurück zur Tür. »Nun ja, ich dachte in etwa so«, sagte er schulterzuckend und richtete den Zauberstab spielerisch auf Flint, der die Tür nun fast erreicht hatte. »Stupe«, hauchte der Blonde kaum hörbar. Ein greller Blitz schauss aus der Spitze hervor und riss den zuckenden Todesser zu Boden. »Konfusius«, fügte er noch leise hinzu und eine kleine weiße Wolke umgab für einige Sekunden den Kopf des am Boden liegenden. Dann verblasste sie, und der ehemalige Slippeln richtete sich nun an die vollkommen entsetzte Granger. »Was? Warum?«, stotterte sie mit weit aufgerissenen Augen. Hatte man Malfoy selber mit einem Konfusius-Zauber belegt, oder war es einfach nur geistig gestört? War das vielleicht der Grund, warum sie so lange nichts von ihm gehört hatten? Lächelnd trat er ein paar Schritte auf sie zu, begutachtete schweigend ihre Fesseln und sah sie dann durchdringend an. Innerlich schrie sie entsetzt auf. Gerade war sie mit einem Gewalttäter allein gewesen, doch nun schien es, als wäre sie einem Verrückten ausgeliefert. »Was zum Teufel?«, wimmerte sie und richtete sich so gut, wie es ging auf. Hektisch sah sie hinüber zu Flint, der immer noch regungslos am Boden lag. »Hilfe! Hört mich jemand bitte! Hör!«, schrie sie schließlich, doch Malfoy drückte ihr blitzschnell die Hand auf den Mund. Wimmernd sackte sie wieder in sich zusammen, und ein leises, langgezogener Schluchzen entkam ihr der Kehle, welches jedoch vom Handschuh verschluckt wurde.